Vor den Augen der Weltöffentlichkeit schränkt das totalitäre Regime Chinas wesentliche Freiheitsrechte in Hongkong ein. Die Meinungsfreiheit und die Publikationsfreiheit stehen mit dem neuen Sicherheitsgesetz quasi unter Strafe. Das ist immer der Anfang von totalitären Staaten oder totalitären Herrschern, um Menschen zu knechten und sie sich gefügig zu machen und ihre Macht auszuüben. So beginnt immer der Untergang einer Demokratie und die Weltöffentlichkeit schaut zu. Wir müssen verhindern, dass so etwas weiterhin passiert und Hongkong respektive China ist ja nicht ein Einzelfall. Es gibt die Türkei, es gibt Saudi-Arabien, es gibt Russland, Belarus, aber auch in Europa gibt es Schwierigkeiten mit der Meinungsfreiheit. Wir müssen dazu kommen, dass die Außen- und Wirtschaftspolitik Deutschlands, aber auch alle anderen Staaten, die hinter diesen Werten wie Meinungsfreiheit und Publikationsfreiheit stehen, tatsächlich auch entsprechend handeln und verändert wird. Wir können nicht auf Dauer mit solchen Staaten Wirtschaftsbeziehungen unterhalten, so als wäre nichts geschehen. Und gerade die Wertegemeinschaft Europa muss sich da viel stärker zu Wort melden und auch mit Sanktionen gegen solche Staaten vorgehen. China exerziert das auf dem Festland in brutalster Art und Weise weiter. Der ehemals verschleppte Autor, Buchhändler und Verleger Gemin Hai beispielsweise ist jetzt zu zehn Jahren Haftstrafe verurteilt worden, obwohl er eigentlich nichts anderes gemacht hat, als seine Meinung zu nennen. Und deshalb möchte ich gerne aus Solidarität zu ihm, aber auch als Solidarität für die Meinungsfreiheit und für die Publikationsfreiheit ein Gedicht von Gemin Hai vortragen. Es heißt, der Hase und der Krieg. Ein Krieg vom heiteren Himmel. Aus dem Einkauf zurück, schon verwickelt in Schuss und Feuer. Ohne Kriegserklärung. Der Angriff aus dem Hinterhalt traf mich in einem fremden Land. Die Rakete zielt auf einen Vogel. Das Kriegsschiff trifft einen Fisch im Fluss. Auf einer Seite Soldaten mit Waffen, auf der anderen Bücher und Skandale. Später hört man, der Grund sei, die Kriegsmaschine fühlte sich durch die Skandale bedroht. Wenn ein automatisches Gewehr auf einen Stift schießt, wird die Geschichte zerfetzt. Von Kugeln getroffene Sprache wird zu gebrochenem Schilf. Blutige Sätze schwimmen auf dem Fluss. Krieg ohne Widerstand wird zur Jagd. Ein Feldhase bin ich, der in die riesige Falle purzelt. Zeig einem Schneidezahn hinter dem Zaun. Oh, es wird ein weiterer Vorderzahn ausgeschlagen. Geredet wird über diesen Krieg. Gelächter dringt zu mir im Käfig. Gimin Hai, am 31. Dezember 2017, übersetzt von Tien Chi, Martin Liao.